Ja, Richter, korrekt. Er ist mein Vater. Ich soll einen Termin bei Dr. Fahimi machen? Nächsten Mittwoch. Ja, klar, passt. Alles klar, danke. Tschüss. Alles in Ordnung? Ja. Junge oder Mädchen? Was? Ich wollte nur wissen, ob ihr Baby... Tut mir leid. Ein Junge. Es ist ein Junge. Aufregend. Kann man so sagen, ja. Macht er ihn zu schaffen? Ich bin mir sicher, es ist ein wundervolles Gefühl, Vater zu sein. Ich habe Angst. Wovor? Ich bin mir sicher, sie kriegen das hin. Leute sagen das, aber was, wenn nicht? Was dann? Nun, ich denke, die Mutter wird... Sie schaffen das. Sie schaffen das. Ist das so, ja? Was ist mit Ihrer Familie? Es ist kompliziert. Sie haben kein gutes Verhältnis. Es gibt nur noch mich und meinen Vater. Und er ist krank. Ich bin mir sicher, es wird alles gut. Komm, gehen wir nach Hause. Papa, komm schon. Gehen wir. berberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberzberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberberber Vielen Dank.